In der letzten Reihe. Alles in Ordnung? Ich will nicht so klein, wie ich von da oben aussehe. Ey, ich meine, eine kurze Frage für mich, zur Information. Wer war dann schon mal auf einem Silbermann-Konzert? Wer ist heute das allererste Mal auf einem Silbermann-Konzert? Eine sehr schöne und richtige Entscheidung. Okay, und jetzt ganz ehrlich, ihr könnt doch ehrlich sein, weil alles, was hier in der Halle passiert, bleibt in der Halle, klar. Wer wurde jetzt wohl heute mitzukommen? Ganz ehrlich. Ein zuckerlicher, das sieht mir nach einem sehr ehrlichen jungen Mann aus, einem wunderbar, sehr hübschen Heldau und Herrn, guten Abend. Die Freundin? Die Freundin, ne? Kann man auch nicht Nein sagen, ne? Gibt's Stress zu Hause. Und bis jetzt ist es einigermaßen okay? Gut, es ist noch ein sehr zaghaftes... Okay, also wir zwei? Ne, du musst jetzt noch nicht, fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Nur wir zwei, ne? Wir klären das nochmal am Ende des Konzertes, ne? Lasst nicht raus! Sehr, sehr viele Leute, die heute zum allerersten Mal gekommen sind, das freut uns. Das ist uns bei der Platte tatsächlich schon an vielen Abenden passiert. Für alle, die uns noch nicht so gut kennen. Wir sind schon so ein paar Jahre zusammen, sozusagen. Haben uns kennengelernt in der kleinen Stadt, in Sachsen. Und dann... Und dann...